Und die ist sehr solide. Das steht für den Einwand und der Prozessschritt ist, wir müssen den Einwand isolieren. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das wirklich, dass das die Sache ist, die jetzt gerade den Fortschritt im Verkaufsprozess stoppt. Ihr kennt bestimmt alle das Problem. Irgendwie der Kunde hat gesagt, keine Ahnung, er kann das nicht bezahlen und ihr habt mühsam irgendwie eine Finanzierung zusammengestoppelt und seid ganz glücklich, Finanzierung ist durch oder angefragt. Und in dem Moment sagen die, ja, aber jetzt muss ich nochmal meine Freundin fragen. Dann hat man mühsam irgendwie geklärt, ja, ja, du kannst hier mit einem Reservierungsauftrag machen, dann kann deine Freundin nochmal in aller Ruhe mitbestimmen. Und in dem Moment sagt der, ja, aber ich muss nochmal meinen Steuerberater fragen, ob die Steuerrückzahlung kommt und wenn ja, dann kann ich mir das leisten. Dieser Effekt nennt sich die Wanderbaustelle. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass der Einwand wirklich isoliert ist, das heißt, dass der alleine steht. Gut, das war das nächste Symbol.